Es ist einfach so, dass die Instrumente an sich, die hier im Studio sind, dass die eben mehr in meine Familie integriert wurden. Das sind aber auch Lebewesen, die genau das auch brauchen, dass sie immer wieder atmen und immer wieder tätig werden innerhalb dieser Welt der Maschinen. Sie müssen genauso wie Menschen eben auch einfach agieren dürfen. Also der erste Schritt war, zu erforschen, inwieweit Synthesizer singen können. Synthesizer 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 Ja, das ist so ein Kind von mir, was singen kann. Ja, die Tiefe der Stimme ist einfach so großartig, ob das jetzt ein Ton ist oder mehrere zusammen, wie viel Schwingen und das Ganze hat und wie viel wir uns herstellen können. Musik Musik Alles gut geklappt, aber zwei Jahre mehr wären, wäre kein Problem. Es ist so. Musik 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 Musik